Es wäre schön, wenn mal jemand den Hund nehmen könnte. Hallo! Lena! Ja, dann mach deine Hand weg. Warte mal, ich muss erst mal... Wieso geht das nicht weiter? Wo ist er? Genau. Einfach noch da. Da! Da war er doch! Da! Ja, Leute! Da hinten! Leute! Da hinten! Da! Habt ihr es gesehen? Ja, ich halte ja die Kamera drauf. Ich sehe aber nicht, ob man sie... Juhu! Da noch mehr! Die Wale! Leute, guckt euch die Wale an! Ja, also, wir sind jetzt hier, ne? So richtig geil. Ich habe eben Wale über Wale sehe. Ich bin einfach so am Strand. Guck mal. Wir sind hier... Ist es geil oder was? Ey, das ist mein schönes Auto. Siehst du die Berge? Das Meer und da hinten sind die Wale. Wo sind sie? Wo sind sie? Sie sind wieder verschwunden. Aber es ist hier so geil. Das ist hier der westlichste Punkt von Ohahu. Und es ist total geil. Es ist Naduapur. Ja. Naduapur. Ich halte jetzt noch mal hin. Und ich noch mal die Wale durch einfange. Juhu! Oh, da sind sie! Jetzt wieder nicht. Wenn ich drauf halte, sind sie immer weg. Verstecken sie sich. Man kann doch nicht zoomen mit dieser kleinen Kacka-Kamera. Ja, der freut sich leer. Wo sind sie? Die Wale. Ich sehe sie jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt auch keine Lust. Drei Stunden. Das ist so beschissen langweilig, wenn ich da die ganze Zeit die Kamera drauf halte. Da hinten so. Aber ich habe sie gesehen. Sie sind gesprungen. Sie spritzen. Sie machen und sie tun. Die Buckelwale. Humpfag Whale. Humpfag Whale. Da oben. Wir fahren jetzt noch ein Stück weiter. Da hinten. Die Straße lang. Da lang. Bis zum Ende der Straße. Und dann ist da keine Straße mehr. Das ist Lülü. Lülülülülülülü. Freut dich. Das ist Lena. Sehr passend angezogen für den Augenblick. Wir wollten heute in die Natur. Dann hatte Lena sich entschieden, sich so anzuziehen. Das macht doch Sinn. Zeig mal deine Schuhe, Lena. Das macht Sinn. Ja. Ja. Juhu. Nicht wahr? Nicht wahr? Das ist schön. Guckt mal, ob ihr noch mal einen Wal seht, Leute. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, aber man sieht ja immer nicht so weit hinten. Da sind sie gelacht. Wo? Da spritzen sie. Da ist er. Ich habe ihn drauf. Und wenn ihr es nicht seht, seid ihr Arschlöcher. Genau gesehen. Die Leute machen sich schon lustig über mich, weil ich immer so laut schreie, wenn ich einen Wal seht. Ich kann nicht alles. Ich muss immer Juhu schreien. Ganz laut. Da gucken mich alle an. Kann auch nichts dafür. Kann ja nichts dafür, ey. Weil ich finde es so geil. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal weiter. Okay? Bis gleich. Tschüss.